Hey Leute, ich bin hier gerade an dem Tiny House von Jelle und habe für euch mal die E-Schwalbe von Govex getestet. Das ist echt ein ganz cooles Teil, natürlich voll elektrisch, hat zwei Batterien, kommt 130 km weit. Das Ganze gibt es in der 45 kmh Variante und 90 kmh Variante. Also auch für welche, die jetzt keinen Motorradführerschein haben, ist es was ganz Spannendes. Wir haben hier oben zum Beispiel ein großes LCD-Display, wo uns ganze viele Informationen angezeigt werden. Dann haben wir hier LED-Beleuchtung rund um das Fahrzeug rum. Und wenn euch das Thema interessiert und ihr auch noch mehr Infos zu dem Teil haben wollt, dann schaut gerne mal auf dem Yellow-Kanal vorbei, denn dort findet ihr alle Infos zu dem Teil hier.